Alle verschiedenen Schlagteilen. Bei uns zum Training, zum Kumpel, kann man sehr viel in Kontakt mit dem Kling. Schuhlässig, zum Beispiel Marashi Geri. Kein Kontakt, ein bisschen gegen den Kling. Die Klinge. Wir bewegen uns um die Klinge. Schnellst du noch? Wir sind mit dem Gitterkick. Das ist mein Herz. Das Schlempfnis von Atemi. Das ist ein bisschen wichtig mit dem Ganzen. Ich möchte eine Übung gerne machen. Die Leute, sie können mal gehen. Schwieriger ist die Konfiguration. Komm! Guck! Komm! 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 Die Komponation für die Komponente. Das war das. Ganz kurz.